Deutscher Verband für das Skilehrwesen Die ersten Schritte mit Skiern Mache die ersten Versuche auf einer flachen Piste mit wenig Unebenheiten und festem Schnee. Abbiegen, die ersten Richtungswechsel werden aufrecht stehend. Der Skifahrer oder die Skifahrerin Einen der Skier so, dass er im spitzen Winkel zum anderen steht. Die Schaufel respektive das Ende zueinander zeigen. Der Aufstieg im Treppenschritt wird hauptsächlich verwendet und kann mit dem Aufstieg auf einer Leiter verglichen werden. Die Wunderschöte füge durch die Schmerz. Aber mein Name ist die Schmerz und die Schmerz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017